Ok, sag mal was. Hallo, warum gehst du raus? Ich bin raus gegangen? Ja, komm wieder rein dann. Ja, auch diese ganze Technik. Ich fick mein Leben. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Discord-Jugend. Ladet mich noch mal ein, bitte. Ich bin so blöd. Ladet mich noch mal ein, bitte. Jetzt. Wir können. So, heute Speedrun, let's go. Light all candles on the location. So. Und es kreuzte mich auch mit. Ich tu jetzt alle lights erst mal. Ich hab schon wieder alles fallen gelassen. Oh mein Gott, Digga. Wo gibt's denn hier? Ich hab grad den Spiegel zu lang ausgehabt. Ich hab schon wieder echt Schiss. Was war das? Ich hab einen Spiegel, ich hab einen Spiegel. Ich hab einen Spiegel. So. Ähm. Withering light. Nimm mal jemanden withering light. Measure the temperature of the ghost. Hat jemand Temperature-Zweck dabei, was braucht ihr noch? Light all candles. Ich mach jetzt das in den candles. Wachttemperatur. Ah, was ist denn? Wachttemperatur. Wie viel weiß jemand, wo die ganzen candles sind? Ey, der war doch. 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 Ich hab mit einem Licht mit herkommen. Kann man bitte jemand mit Licht reinkommen, bitte? Ich muss mal alle candles. Wir brauchen Cash. Oh mein Gott. Komm mal jemand mit hoch. Hier oben Treppe hoch. Schnell. Ich will dich allein sehen. Ist der hier oder was? Komm mal hier Licht rein. Ich will alle candles. Wir machen. Hier. Macht's. Hier ist ein Spielzeug. Bitt mir das Spielzeug nicht. Wird das eine Mission? Ne. Egal. Wir klauen den alles. Ey. Der ist unten. Egal. Egal. Komm mit. Komm mit. Alter. Einer mit Licht da oben. Bitte. Ich will die ganzen lights. Siehst du irgendwie light? Ich hab nur die Infrarolle. Ich hab nur die Infrarolle. Hey. Wo seid ihr? Bambi. Ja hier sind die Kerzen drin. Aber hier rechts ist eine. Hier rechts. Hier hier hier. 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 Wo? Da. Da ist eine. Hä? Wie viele noch? Pustet der Wichser die wieder aus? Nee. Hier. Nee. Oh. Alter. Wer ist der Rotschopf? Hey. Stopp. Egal. Wir sind. Hey. Oh mein Gott. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Denkst du im Keller ist noch eine? Ist im Keller noch eine? Ja ja. Hey. Hallo. Wir haben seine Items verloren hier unten. Wir haben... 100 bis 500. 100 bis 500. Okay. Komm mal. Komm mal bitte runter. Nee. Komm mal bitte ganz runter in den Keller. Wir wollen das raus Informationen sammeln. Nein. In den Keller. Wir machen jetzt. Wir machen jetzt alle Kerzen. Komm mit. Wir gehen. Wir müssen jetzt erst mal raus Informationen sammeln. Hier ist Keller. Das ist nicht... Denn einer von uns ist gar nicht krepiert. Er war letztens auch schon zu groß der Keller. Ah. Minus. 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 Sechs. Minus zwölf. Minus zwölf. Minus zwölf. Wer ist hier? 100 bis 500 ist Partikel, ne? Ich mach mal kurz raus. Es kann doch nicht sein, wie viele Kerzen gibt's in diesem Scheißhaus. Temperatur. Minus 10 bis minus 20. Und Partikel 500. Wir haben auf jeden Fall schon drei Sachen glaube ich erledigt, oder? Was haben wir noch? Light Oil Can. Das ist das letzte. Da haben wir alles, Alter. Wir sind so krass. Measure the temperature of a ghost. Weak the ghost with withering light. Das ist wo das Gerät, das da steht. 100 bis 500. Hier wer ist denn die Taschenlampe? Sachi? Bist du der Typ? Sachi? Hey der macht die Sachen gerade in dein Geschenk Ja Ey, gib mal der mit dem Licht Komm mal bitte mit Wir müssen jetzt hier Ich hab mein Feuer, Digga Oh mein Gott, bin ich erschrocken Ja, was war das? Ist hier nur eine? Leuchten wir hier alles ab? Jeden Schrank Hier ist da noch eine Ah, oh mein Gott Hier muss es sein Ich nicht Kann nicht sein, Alter Komm mal hier lang Komm mal hier lang Geh mal vor, bitte Wo warst du denn? Warst du eine Küche? Hier ist eine Oh, danke Jawoll Digga, jetzt können wir den Wichser ficken Wir haben richtig Cash jetzt Was war denn der EMFs ins Ort? Hat das schon jemand? Ich glaub nicht, nö Warte, ich will ja Warte, ich will ja Also es ist eh der Galoon Das ist doch der Gellos Galoon Gellos Weil der Typ genau so aussah Der war der Wichser, der so gruselig war Wo ich letztens so geschrien hab Gellos, Young und Colm ist er Ey, hier ist doch ein Spiegel Ich nehm den einfach, Junge Wollen wir mal kommen, der Wichser Sicher, dass er das ist? Guck mal, die Kerzen sind alle an Warte, warte, warte 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 Steht doch da, oder? Ja, wir sind so krass Racedoll Racedoll Hört mal zu jetzt Hört mal zu jetzt Hört mal zu jetzt Wenn ihr die Tür zumacht Nicht umdrehen Nicht zu der Tür drehen Sondern umdrehen Dass ihr den seht, wenn der anrennt Und dann das auf den schmeißen Weil wenn ihr den umdreht Der rennt nämlich immer kurz Der ist nicht mit einmal da Der rennt auf einen zu Es können doch immer noch drei Verschiedene Geiste sein Gallo Drowned Und Puppet Ja, aber wir haben doch gesehen Dass es der Gallo ist Im Aussehen Wie du hast es gesehen Wahrscheinlich ist es so einfach Dass du ihn sehen musst Und weißt, der ist Ja, natürlich Deswegen kaum er ja nur zwei Sachen Der ist Klar Das ist der Wichser Der am Hier am Galgen hängt Hast du noch gesehen dort? Ich wollte grad markieren Wie in Rainbow Ey, hu Oh mein Gott Dreh dich um Dreh dich um Schmeiß irgendwas Schmeiß irgendwas Schmeiß irgendwas Sashi Bist du ready zu werfen? Oh, du bist so eine Maschine Du bist so eine Maschine Ich hab mich trotzdem wieder schrucken So Salt Nein, es stand oben da Dass wir Fire Salt richtig genutzt haben Na, es kam doch das Geräusch Achso, Fire Salt Ne, hä? Was ist er denn jetzt? Was ist er für inne? Dann drei Candles auf Yellow, Average und Cone Das Cross Aber Holy Water hat gar nicht funktioniert Oder was? Doch, es kam glaube ich die Musik Aber oben hat es nicht angezogen Aber ich dachte du hast In diesem Geist, in diesem Salz geworfen Ne, ich hab das Holy Water geworfen Ne, ich hab das Holy Water geworfen Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um, werf irgendwas Werf Nein, nein, nein Er ist Maschine Er ist einfach viel zu gut Er ist viel zu gut Er kommt, er kommt Ist er jetzt tot? Er ist tot, oder was? Oh, nee Was hätte er machen sollen? Was hätte er machen sollen? Was hätte er machen sollen? Was hätte Sascha machen sollen? Ja, aber er hatte doch das Feuer schon in der Hand Warte, aber was schützt du gegen den? Du lässt es fallen Eine Gartenfackel schützt gegen den Du lässt, du lässt nur ein was fallen, oder? Du brauchst einfach zwei davon Du brauchst zwei davon Chill mal kurz Wieso brauchen wir zwei davon? Was brauchst du nur zwei davon? Weil du das erste droppst Wenn du gefickt wirst Du kannst aber nicht zwei gleich Sachen Hä!? Was macht man jetzt? Da müssen wir Wir, dann müssen wir zwei Leute uns einschließen lassen Elven komm mit Wir machen das Oder Tom Pack es ein Oder du musst die … Ich hab die Statue Ich hab die Statue, das steht drauf Nein, aber du musst, wir müssen den werfen Einer von uns muss den werfen Nimm das Firesault jetzt Nimm das doch auch Nächstes ist Firesault Firesault Digga, die Staatsfuhr schützt doch das gleiche Du musst Du musst es auf den Meer finden Nimm das jetzt Klar Natürlich müssen wir Firesault machen Ja, weil du dumm bist Saschi hat sich geopfert Und hat schon mal Salt gemacht So, pass auf Wir lassen uns jetzt einschließen Ich halte mein Kreuz in der Hand Falls er Ich gehe nicht Wir müssen zu zweit rein Und dann gehen wir in die Ecke Komm mit rein Okay, ich mache Licht an Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn Alter, bin ich erschrocken Ich habe ihn gefickt, den Nutten Was ist denn jetzt passiert? Die Kerzen sind schon angewiesen Firelight, oh mein Gott, wir sind so gut Cross Ja, was sollen wir jetzt mit dem Cross machen? Das Cross Du hast das Cross, ich weiß nicht Das hat doch letztens schon nicht funktioniert Oh mein Gott Ja, letztens hat es nicht funktioniert, weil wir das VG-Bad falsch hatten Aber jetzt müsste es passen Denkste? Aber man lässt es ja fallen Ey, Elvin Elvin Elvin, nimm das Kreuz Nimm das Kreuz Komm Einfach fein lassen, oder? Nee, ich glaube Nur halten, oder? Ich glaube, wir müssen es nur in der Hand halten Ja, ja, komm Komm, komm, komm Aber gleichzeitig halten Der ist jetzt richtig wütend Der ist sauer Gut, gut, gut Ja, die packt aus dein Kopf Ja Gib Tom den Mirror Gib Tom den Mirror Tom, schau in den Mirror Das ist der schlimmste Job Oh Gott Wir sind so ripp Jetzt nimmt deinen Spiegel Er ist Elvin Elvin, du brauchst hier kein Licht Du brauchst kein Licht, ja Ja, ja Ich hab ihn, ich hab ihn Okay, perfekt Okay, egal Einfach in der Hand halten Einfach in der Hand halten Einfach in der Hand halten Komm neben mich Komm neben mich Wenn der aufs Beide angreift Wir haben ihn, oder? Nee Ich hab ihn mit meiner Fackel Warum wirfst du ihn denn ab? Hä? Weil er mich sonst getötet hätte Hier ist er doch Oh mein Gott Hä? Der Film macht gegen ihn Oh mein Gott Wir sind so krass Ich bin dein Macher Ja, jetzt fangen Let's go, Jungs Oh mein Gott, er war zum zweiten nach vor mir Er war zwei nach vor mir, Digga Komm, los Jetzt dasselbe Ey, der hat dich zweimal Komm rein Ich hab kein Protect mehr Ich opfer mich Ey, der kommt, der kommt, der kommt Ich opfer mich Ich opfer mich Wie du opferst dich Ey, wir nimm das Kreuz Es schützt trotzdem Er kann dich trotzdem noch ficken Schau den Okay, der hat dich zweimal angegriffen Der hat Angst Der weiß, was wir vor haben Da ist er Da war er Sag mal Wir sind zu dritt, komm Nein, nein, nein Warum nein? Schau doch in den Spiegel, Tom Diese scheiß Leuchten Kriegt jetzt hoch nicht mehr Ich hab den Spiegel gekauft Okay, jetzt Jetzt, 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 jetzt Chill Chill, chill, chill Alle hinter mich Alle hinter mich Tom Okay, Tom ist so tot Hier Alter Wir sind die Geisterjäger, Junge Gib das her Das war Speedrun, Alter Game durchgespielt Ich glaube, du hast ihn gerade in der Sekunde getötet Der war echt gut Das war eine gute Runde Wir haben ihn gerade in der Sekunde gefangen, wo er mich getötet hat, weil mein Game ist gerade softlocked gewesen Sashi? Was für hart, Alter Ja, aber mit Gut, okay Gebet Wir haben Gott getötet Dann Vielen Dank.